Jo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft, aber Dirt ist OP. Das heißt, wenn wir Dirt abbauen, bekommen wir ein random OP-Item und damit dann probieren, Minecraft durchzuspielen. So, bauen wir einfach mal ein bisschen Dirt ab. Ich weiß nicht, was das hier mit OP zu tun hat, aber gut. Ein Eisenschwert anbrechen, 2, nicht ganz so gut. Smithing-Template, ja. Totem of Undering, nice. Und eine Goldene Hower mit Effi-Fina, ja gut. Ist jetzt nicht wirklich das, was ich brauche. Wir nehmen noch ein Smithing-Template, eher unnötig. Wir spielen das heute mal in der 1.20, die Version hat noch nicht viel gespielt. Protection 3, am Freaking 3, gell. Aber Satellite mit Leder. Müssen wir das vielleicht vorher angucken, bevor wir es anziehen. Nicht, dass es Cursors Binding hat. Smithing-Template und Pottery-Shard unnötig. So. Oh, eine Schaufel. Geil. Fe4. Damit werden wir deutlich schneller die Items farmen können. So, was haben wir denn hier bekommen? Eine Golden-Chest-Blade mit Kurt-4-Manding. Geil. Kurt-4-Manding-Lederschuhe. Geil. Ähm, die verschiedenen Pottery-Shards brauche ich eigentlich nicht. Eine Komplett-OP-Axt. Geil. So, krass nicht, ne. So, mal weiter abbauen. Eine Golden-Axt, ne. So, ja, das könnte jetzt sehr satisfying werden. Oh, nein. Okay, also viele Items. Kurt-3-Dier hin, nehme ich. Kurt-3-Unbreaking, drei Golden-Boots nehme ich auch. Ne Lederhose, nicht so gut. Aber nehme ich mal, weil ich noch nichts anderes habe. Den Schild kann man mal behalten. Ich muss immer die ganzen Pottery-Shards wegschmeißen. Die braucht kein Mensch. Die sind nicht an der Entopee. Aber egal. Der Haar-Projekt auch nicht. Kann man behalten für Manding. Schalkerstell brauche ich jetzt nicht wirklich. Den Helm auch nicht. Das kann auch weg. Geil. Ich habe eine 3-Dier-Schwert. Geil. Und eine Axt, die ist auch schlecht. Der Boot, freue ich auch nicht. So. Und ja, so viel Stuff. So, dann mal gucken. Ja, besser. Oh, nicht. Feier-Aspekt 1. Das ist nicht sehr gut. Aber halte ich mal. Einen Bogen. Holbogen nehme ich mal mit. Vielleicht kriegen wir noch Pfeile. Ich glaube nicht, hat das Infinity. Hat kein Infinity leider. Ich weiß nicht, ob man daraus Pfeile bekommen kann. Smith & Templates weg. Braucht keinen Mensch. Ja, Stein-Sachen braucht man auch nicht. Noch ein zweites Totem. Geil. Ein 3-Zack mit Drip-Tile. Brauche ich jetzt nicht. Unbreaking. 3-Effy-Picker. Kann man mit. Oh, ich habe. Ja, gut. Ich würde sagen, ich sortiere mal kurz mein Inventar und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mein Inventar jetzt grob sortiert. Hier liegt noch ein Totem rum. Und dann werde ich jetzt gucken. Vielleicht kriege ich ein paar Ender-Augen. Dann. Und noch bessere Rüstung vielleicht. Die West-Education. Hier ist ein Metroid-Encats. Okay, eine Ho. Put 3. Na gut. Besseren Helm schonmal. Eine bessere Picker. Hauptreue eigentlich nicht. Jo, 37 Metroid-Plöcke. Und 39 Dia-Plöcke. Ähm, so. Dann mal weiter. Gucken. Oder als ein Dia-Chest-Plate. Nicht die bessere Verzauberung, aber besser als nichts. Mal ein bisschen Licht reinlassen. 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 Bruh 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 So Leute, da habe ich mir jetzt das perfekte Inventor zusammengesucht. Wir haben leider keine Pfeile mehr bekommen für den Bogen oder keinen empfindlichen Bogen. Was schade ist, aber es ist halb so wild. Gut, wir haben jetzt 21 Enderaugen und 1600 Perlen. Die Blöcke von den Materialien habe ich auch so mitgenommen, weil es einfach geil aussieht. Unsere Hauptnahrungsquelle sind erscheinerte Golden Apples. Dann würde ich sagen, wir haben das erste Enderauge. Und... Ich habe es nicht gesehen, da lang. Okay... Okay... Ich glaube, wir laufen ein bisschen in die Richtung und dann gucken wir mal. ... Wir gehen da mal um das nächste. Und, mein Alkert schlechtes geht weiter in die Richtung, okay. es geht immer noch in die richtung also ich hätte auf jeden fall ein boot machen sollen, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir so fischen müssen gucken wir es geht immer noch in die richtung ok dann weiter da lang so dann melde ich das nächste in das auge, es geht immer noch in die richtung ok so dann melde ich das nächste in das auge und es geht immer noch in die richtung ich hätte mir wirklich ein boot machen sollen gut dann machen wir endlich mal in die boot, falls es nach sauro weiter geht gut dann machen wir endlich mal in die boot, falls es nach sauro weiter geht zurück, es geht zurück, es geht zurück, geil und es ist kaputt gegangen, nicht so geil gut dann sind wir schon drüber, dann sollte es eigentlich fast direkt hier sein es muss hier irgendwo sein es geht zurück, es ist direkt hier unter der insel ja es ist direkt hier unten dann geht es direkt mal runter und dann sehen wir uns gleich im stronghold wieder und wir sind im stronghold angekommen ich weiß nicht wie sehr ich mich da vorbeigekommen habe aber gut und was ist das von ins stronghold da ist mir richtig gut gut jungen selber fische ich hasse selber fische zappen jungen ist ja der stungel kaputt noch so ein raum, ok ja dieses stungel ist ab und zu mal kaputt so ich kann auch noch nicht nur die richtigen ne so ich kann auch noch nicht nur die richtigen Was ist denn? Was soll das denn sein? Wo soll das denn sein? Ich weiß nicht. Ich habe ein neue Abteil. Jo, klar. Einfach noch ein Waps brauchen wir hier drinnen. Wenn auch die Liebe regeln uns schon. Wenn euch einfach so. Mehr Informationen zu antliere Ans предложstellen. Boom! W rival das Fen Somewhere. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott Leute, ich habe endlich diese Scheiße gefunden. Ich habe da jetzt sicherlich 20 Minuten lang gesucht, also. Der erste mit Abstand verpackteste Stronghold, den ich jemals hatte. So, dann jetzt mal kurz bereit machen. Sollte eigentlich locker gehen mit den Items, die ich habe. Dann gehts ab und zu. Ich kann mich direkt drüber bauen. Ich weiß nicht, ob ich so wüsste gehen sollte, weil ich kein Mein Kön. Allerdings habe ich auch glaube ich nichts wirkliches zum hochbauen oder Wasser besser gesagt. Deswegen einfach so. 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 Ja, wo ist das Lollat mit den Dingern, wo ich noch ein Lollblock dabei habe. Jo, so kann ich das eigentlich nicht hören. Ich könnte es die OP, ich könnte es auch. Ich müsste eigentlich, was wir alle haben, denke ich mal. Dann nach unten und... Ich habe nicht alle einen gefehlt noch, das ist glaube ich wirklich die letzte. Gut, dann könnte es nicht playst. Ja, genug Blöcke habe ich noch. Gut, jetzt müsste ich wirklich alle haben. Genau so machen, Hilfslebenshandeln. Endlich, nach so langer Qual wie Stronghold. Egal, diese Superherzen-Damage machen mir nichts aus. Genug, äh, Enchanted-Golden-Apple. Oh, hier soll ich jetzt nicht hören. Er hat gerade nicht geschossen. Was willst du denn? Jetzt hat er auch geschossen. Dann muss ich bloß noch warten, dass wir nach unten kommen und dann... Wo soll das gehen? Hat er überhaupt irgendetwas im Ending von mir? Ja, die Schuhe. Ja, die Schuhe. Ja, die Schuhe. Ja, weil er will fahren. Das ist so optimal. Dann halt von hier. Egal, ich habe easy genug Essen. Egal, was willst du jetzt? Komplett random. Die Schuhe. Da, die Führung haben. Nein. Soll nicht. Na jetzt beim nächsten Mal sollten wir ihn kriegen. Ja, kommt gut. Ja, kommt gut. Und damit habe ich endlich diese Scheiß-Challenge durch Haftdegener, dieser Stronghold hat mich so sehr gemerkt. Natürlich war es easy durch die Oprie-Items. Also Level mitnehmen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.